. 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 passieren Geld aufwachen! Wir brauchen Timo Geld, los! Hier sicher, sicher, ja, 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 hier Du bist zu, Niga? Ich wollte die Skraffees besuchen, ist der noch hier? Kommt jetzt mal rein und jubelt jetzt für uns Mensch, dich kenn ich doch! Ja komm mal ran, du hast doch Ahnung sogar, komm ran! Ja, okay, wir brauchen noch jemand fürs Team! Ähm, hier, hier ist ein Adi-Carrie, oder? Das läuft ja doch! Moment mal, hörst du das auch? Was ist denn das? Was ist das denn? Ist das da oben, oder kommt doch von oben! Das ist ja, na, na, na! Ja! Verdammte Scheiße! Du, bist unser Adi-Carrie! Aber natürlich! Sag mal, was machst du denn hier? Ich bin ja schon seit Jahren hier! Ja, Dicker, wir brauchen jetzt den Hauptleiner! Dann bin ich dabei! Kurva, wo ist es? Ja, ich hab mir schon tausendmal gesagt, wir brauchen noch einen Spieler! Mhm, ja! Komm ran jetzt! Okay! Ja! Ja, Leute, wir brauchen noch Mitleiner! Vorschläge? Ja, ja! Alles klar! Alles klar! Alles klar! Kein Problem, Jungs! Ich hab euch! Danke für euch!